Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Entlanggehen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Geht entlang. Ging entlang. Ist entlanggegangen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich gehe entlang. Du gehst entlang. Er geht entlang. Wir gehen entlang. Ihr geht entlang. Sie gehen entlang. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich ging entlang. Du gingst entlang. Er ging entlang. Wir gingen entlang. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin entlanggegangen. Du bist entlanggegangen. Er ist entlanggegangen. Wir sind entlanggegangen. Ihr seid entlanggegangen. Sie sind entlanggegangen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich gehe entlang. Du gehst entlang. Er gehe entlang. Wir gehen entlang. Ihr geht entlang. Sie gehen entlang. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich ginge entlang. Du gingest entlang. Er ginge entlang. Er ginge entlang. Wir gingen entlang. Ihr ginget entlang. Sie gingen entlang. Den Schluss macht der Imperativ. Gehe entlang du. Gehen entlang wir. Geht entlang ihr. Gehen entlang sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb entlang gehen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Team von Netzwerb. Ich habe euch gefallen.